Hallo und willkommen zum, ich weiß es gar nicht und ich will es auch gar nicht wissen, zum Grüßvideo der Kinderspielzeugtruhe. Ich hatte ja gehofft, dass es mir erspart bleibt, aber heute muss ich mal wieder ein paar von euch grüßen. Als erstes grüße ich die Uta Herzau, dann grüße ich die Angelina Höller und ihre Cousine die Sarah. Dann gehen Grüße raus, ich will es gar nicht sagen, an die Playmobil-Polizei, an Sarah B., an Robin Jakubowski, die Sportrakete 3000, den Oma Ima El-Alai und seine Schwester, die Miriam, dann grüße ich noch die Lara Herrmann, den Chris, die Alina, die Anna, Morris, Che, Lea, Eiche E, den Quentin, Nils Baske, Peter Schöner, Jan Böttcher, Thuy fliegt er Berlin, außerdem grüße ich noch Nicole Schading, Toni und Bella. Und als allerletzte grüße ich Dina Fischer, Zainu Labdin, auch Grüße an dich. Und wen es interessiert, wie es dem Paul geht, der schaut das Video am besten bis zum Ende. Hallo, habt ihr diese Landung gesehen? Wie aus dem Bilderbuch. Jetzt, wo ich wieder auf dem Boden bin, werde ich natürlich auch ein paar von euch grüßen. Ich grüße den Can, die Viktoria Trifonov und ihre Freunde Goscha und Georgi. Ich grüße Bibis Beauty Palace Fan, Julienko Fan, Kishani Kishan, Luke United und Emre Zockt. Ich grüße weiterhin Nipa Pornmüller, Alex Leberle, Adrian Neustädter, Barbara Jenwein. Nicht zu vergessen Jana Sikorski, Zelda Görel, Playmobil Geschichten Nicole, Jana Lari grüßen und Meli und Sophie und Helen, Helena und Julia Zwillinge. Younes L. Kamel. So, und nun werde ich meinen Hubschrauber wieder starten und weg bin ich. Hallihallo, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich. Schön, dass so viele von euch mitgemacht haben. Ich werde gleich mal den Stefan besuchen gehen, aber davor werde ich natürlich noch ein paar von euch grüßen. Ich grüße die Aller Music, Playmobil Familie Feind, Marcel Domke, den Luca Fritsche, ApoRed ist Winkek, den Dennis aus Wuppertal, Teresa Nagler, Markus Fritz, Esma Ari, Johanna Taraf, Maite V, die Jasmin Kiai und die Nele Spindek. Viele Grüße an euch. So, ich mache mich jetzt weiter. Bis dann. Tschüss. Ja, Hallihallo, bevor mein nächster Hip-Hop-Kurs angeht, möchte ich die Pause nutzen und noch ein paar von euch grüßen. Ich grüße Keli Hamster, Stefan Hauser, Summergirl Mädchen und die Brüder Timo und Nico. Außerdem grüße ich Gefrierbeutel, Eva Hullermann, Playmore Stories, Edward Z., Maurice Schütte, Anne12FL, Rosi Burgert, die Tochter Sophie, Greta Wendeler, Karmait, Schleichwelt123, Ultschenko Sophie, Maria Dauber, Playmobil Videos. Ciao. Ach, guten Tag, ich grüße Sie. Da haben Sie mich ja gerade in der richtigen Situation erwischt. Ich wollte gerade eine kleine Pause machen. Aber dann nutze ich natürlich die Chance, mal noch um ein paar von Ihnen, Zuschauern, jetzt zu grüßen. Ich grüße als erstes die Stefanie Meise, dann die Emine Ilmas, Alina Gärtner, Katja Goldberg, Michelle Jacklitsch, dann die Melanie M., die ganz furchtbar viele Kommentare geschrieben hat. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem grüße ich Ingrid Pflugjung, Emily, Karas Reborn-Puppen-Glück, Lena, Luca und ihren Bruder, den Patrick. Außerdem möchte ich die Kati Markus grüßen, Alphastein 2.0 Alpha und auch die Jugendfeuerwehr Stederdorf, Anna, Luna und Luca, Umaisa Karatsch und die Selin vom Kanal Selina & Violetta YouTube. Viele Grüße auch an Sie alle. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dann sehen wir uns vielleicht in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dann. Hallo Kinder, die OP ist vorbei, ich habe gerade Mittagspause und jetzt würde ich gerne ein paar von euch grüßen. Ich grüße die Bäckerei Zanna, Erik Kirschner, Lobpoptop, LPT, ich grüße Tamara Baxiev, Marie Lulu, Enrico Zander und Vincenzo. Fast hätte ich vergessen Madeleine, Georgos Sigalas, Anna from Switzerland, Playmobilgeschichten, Emma29 und Bobby der Bobster, Markus Fritz und Laura Soltis. So, und jetzt gönne ich mir noch einen leckeren Kaffee und was zu essen. Bis bald. Tschüss. Ach, hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe gerade mit dem Paul telefoniert, dem geht es leider immer noch nicht so gut. Ich hoffe, dass es ihm aber bald wieder besser geht und er seine Krippe überstanden hat, damit er uns wieder mit der Kamera begleiten kann und schöne Filme mit uns aufnehmen kann. Ich soll euch aber allen ausrichten, dass ihr sich sehr über eure gute Besserungswünsche gefreut habt. Dankeschön. Jetzt will ich aber natürlich mal noch ein paar von euch grüßen. Wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann abonniert einfach den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und schreibt euren Namen in die Kommentare. Dann seid ihr im nächsten Video auch dabei. Bis dann, euer Stefan. Tschüss.